Hallo, heute möchte ich euch mal einen Campingstuhl vorstellen, der absolut genial ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist von der Firma Tricology, ziemlich hochwertig verarbeitet und auch für sehr schwere Leute bis zu 135 Kilogramm geeignet. Und zwar heißt er richtig Tricology Yeezy Go. Kleine Beschreibung liegt bei, braucht man aber nicht. Dieses ganze Pack wiegt ungefähr 1 Kilogramm, also ganz leicht, wirklich in jedem Rucksack zu verstauen. Perfekt zum Camping, Erwanderung, Festivals oder was man sonst noch alles damit machen will. Wie gesagt, hier wie so Wartellschlangen, die flutschen ganz von alleine rein, ganz einfach. Jetzt hat man hier unten wie so vor Füße, das ist unten, stellt man das Gestell hier hin. Ups, hier hat noch einer eingeklappt. Das ist jetzt der Bezug. Den stülpt man jetzt einfach hier so drüber und hängt den hier oben in die vorgesehenen Laschen hinein. Hier unten macht man dasselbe. Und schwuppdiwupp, da ist eine Spannung drauf, aber es geht. Dann schwuppdiwupp, ist der Stuhl fertig. Ich sitze die ganze Zeit schon in dem Stuhl. Ich wiege 95 Kilogramm. Ich mische halt da super aus. Man kann sie auch extrem schön hier drinnen sich anlehnen, ohne dass man zusammenbricht. Also ein wunderbarer Stuhl. Eine top Verarbeitung, wie gesagt. Ja, kann ich nur weiterempfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch weiterhelfen. Und der Stuhl ist verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder Videos von mir schaut. Bis bald.